Das Erfolgsgeheimnis eines guten Videos ist sein Drehbuch. Es muss zwei Voraussetzungen erfüllen. Erstens erklärt es das Thema umfassend und korrekt. Zweitens erzählt es eine Geschichte, die unterhaltsam, spannend und nicht zu lang ist. Aber wie schafft man das? Es braucht viel Zeit und Energie, um sich in die Materie einzuarbeiten, die oft komplexen Zusammenhänge zu verstehen und alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen. Manchmal muss man der Kreativität auf die Sprünge helfen. Das Ziel dabei ist aber immer einen spannenden Plot mit schlüssigen Szenen zu finden. Die Kürze des Videos stellt eine besondere Herausforderung dar. Alles muss zueinander passen und die Geschichte auf den Punkt bringen. Die Kernaussagen müssen herausgearbeitet und alles Überflüssige weggelassen werden. Nur mit dem Wissen darüber, wie ein gutes Video funktioniert, ist diese Herausforderung lösbar. Im Teamwork entstehen kreative und effektive Lösungen. Am Ende steht Ihre Geschichte. Ein erfolgreiches Video kann produziert werden.